Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen, ihr Kiel-Schweine und Landratten hier bei der Blum und Voss Werft in Hamburg. Ja, die Bismarck, der Stolz der deutschen Flotte, ist zurückgekehrt zu seinem Entstehungsort zur Blum und Voss Werft in Hamburg und wurde generalüberholt. Ich gehe hier eben nochmal kurz raus, will ich gerade mal was zeigen. So, und zwar, das ist ja hier die Mission, die wir jetzt ein zweites Mal versuchen werden und ich hoffe mal ein bisschen erfolgreicher als das letzte Mal. Und man kann ja hier so zwei Boni auswählen und das ist völlig irre, dass das auch nicht nur jetzt von den Werten einen Einfluss hat, sondern auch optisch. Ich hatte mich ja dann bei unserer vorherigen Bismarck dann für 40 cm Geschütze entschieden. Ich weiß, dass das ahistorisch ist, ich wurde darauf auch hingewiesen, aber die gesamte Konstruktion der Bismarck Version 1, so nenne ich sie jetzt mal, war in vielen Punkten nicht historisch. Und zum Beispiel war es anscheinend auch nicht historisch, hier von mir auf eine Balance-Tag, also auf einen ausgewogenen Technik-Boost sozusagen zu setzen. Ich habe jetzt hier bei meiner zweiten Version mal auf Supreme Main Guns gesetzt. So, hier sehen wir dann die fertige Bismarck und ihr seht schon auf den ersten Blick, es sieht viel mehr aus wie die Bismarck. Die Bismarck war ja ein sehr elegantes Schlachtschiff, trotz seiner Größe. Verglichen mit der Yamato und Missouri und anderen amerikanischen Großkampfschiffe, auch die britischen Schlachtschiffe, die wirkten wesentlich klobiger in ihrer Silhouette und die Bismarck war wirklich in der Silhouette ein sehr elegantes Schiff. Lediglich von vorne wirkte sie doch sehr wuchtig. Das kommt mir hier nicht so rüber. Also die Proportionen, also in echt wirkten die, ihr müsst euch mal Fotos von der Bismarck von vorne angucken. Das ist unglaublich, was das von vorne für ein Ungetüm ist, weil die halt sehr, sehr breit ist. Während in der Silhouette und auch in der Linienführung vom Bug und vom Schiffsrumpf und so ist es doch ein sehr elegantes Schiff. Und schaut mal, das ist wirklich jetzt die Bismarck, so wie sie aussieht. Und ihr seht jetzt auch die Türme. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, dass die 38 Zentimeter Türme gar nicht so aussahen wie die originalen Türme. Und das war auch ein Grund, warum ich mich für die 40 Zentimeter Türme entschieden habe. Jetzt haben wir hier 38 Zentimeter Türme verbaut. Und siehe da, es ist wirklich der Turm der Bismarck. Ja, also hier mit den abgeschrägten, also vom Top hin abgeschrägt, auch diese längliche Form und eben hier diese gepanzerten, ausgelagerten Zieloptik-Einrichtungen. Okay, ja, diese gepanzerte Zieloptik, so. Ja, auch hier jetzt haben wir die Zitadelle eben so, wie sie war, mit dieser leichten Einbruch. Wir hatten bei der letzten Version hier auch eine Lücke, ja, dass man hier halt die Decksplanken nochmal gesehen hat. Hier eben das Katapult, da oben die Beibote. Ich habe als Kind mal ein Modell von der Bismarck gebaut. Und das, ja, da kommen doch Erinnerungen hoch, muss ich sagen, wie man mit kleberverschmierten Händen das alles zusammengefriemelt hat. Okay, und woran liegt das? Das liegt an mehrerer Dingen. Also hier ist mir jetzt auch nochmal bei der neuen Version wirklich aufgefallen, wie vielschichtig, ja, das Design ist. So, ich habe, schaut mal, ich habe hier jetzt als Maximal-Tonnage die Original-Tonnage eingestellt, die die Bismarck tatsächlich hatte. Die Bismarck hatte, da muss ich jetzt nochmal, jetzt wandert die Kamera wieder, weil ich hier mein Wikipedia scrollen muss. Das ist da, so, warte mal. Die hat eine Standard-Tonnage, eine Standard-Verdrängung von 41.700 Tonnen. Da weiß ich jetzt nicht genau, was da drin ist. Es kann sein, dass da die Aufbauten schon mit drin sind. Es gibt eine zweite Angabe, ihr könnt ja mal einfach auf die Wikipedia-Seite gehen von der Bismarck. Es gibt eine zweite Angabe, die beläuft sich auf 45.950 Tonnen und Maximal-Tonnage sind 53.500. Entschuldigt bitte, die 57.000, das ist, glaube ich, die Tirpitz. Kann das sein? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir hier dann doch bis auf 1.700 Tonnen jetzt hier an die Maximal-Tonnage ran, letzten Endes, ja. Ja, wir sind hier geldmäßig, sind wir hier nah am Cap halt, ja. Was das bedeutet, wenn man jetzt die Kosten hier in Relation zur Tonnage setzt, dann haben wir ein sehr gutes Verhältnis von Kosten auf Tonnage. Also, das heißt, wir können viele, viele Reichsmark, sage ich mal, pro Tonnage ausgeben. Das führt jetzt zu mehreren Dingen. Generell würde man jetzt denken, ja, naja, ich will fette Kanonen, ich will moderne Technik oder so oder fette Panzerung. Da muss ich natürlich auch eine hohe Tonnage fahren. Also, es ist auch erst mal so richtig, die Aussage. Wenn ihr aber dann von der Admiralität, also so stelle ich mir das dann zumindest später im fertigen Spiel vor, wenn wir die strategische Ebene dann noch mit reinbekommen, ja. Dass die Regierung, die deutsche, englische, japanische oder wer auch immer Regierung sagt, pass auf, das ist unser Flottenbudget. Mach damit, was du willst, ja. Und ich kann dann entscheiden, ja, will ich forschen, will ich viel Tonnage bauen, ja, oder will ich moderne Schiffe bauen oder viele kleine, etc., etc. Also, wir haben jetzt hier ein großes Budget, ein großes Budget für ein kleines, ich nenne es jetzt mal kleines Schiff, mir ist schon bewusst, dass die Bismarck ein riesen Pott ist, ne. Aber es ist eben keine Yamato, ja, es ist kein spätes Schlachtschiff der Amerikaner oder so, ja, die haben einfach eine größere Tonnage und dann eben auch mit Kalibern jenseits der 40 Zentimeter halt irgendwie arbeiten. Sondern wir haben für die damalige Zeit 36 natürlich einen riesen Pott, aber es gibt größere Schiffe und ihr seht es ja auch an dem Regler hier, ja, da ist noch viel mehr möglich. Aber wenn wir den Regler jetzt nach oben ziehen, dann ist es ein relativ geringes Budget, weil natürlich der Bau eines großen Schiffs, ich gucke eben gerade mal, jetzt wandert die Kamera wieder, der Bau der Bismarck hat damals knapp 200 Millionen Reichsmark gekostet. Das ist natürlich ein unglaublicher Kraftakt halt, ja, besonders für ein kleines Land wie Deutschland, auch wenn Deutschland natürlich eine gute Wirtschaft hat, obwohl damals 36 war, die Wirtschaft natürlich nicht so jetzt wie zu Kaiserszeiten oder so, ja, so stark. Aber dennoch, es ist ein großer Kraftakt, ja, also das heißt, wenn ihr hier mit dem Schieberegler hochgeht, ja, muss natürlich auch euer Budget hochgehen, um ein modernes Schiff zu bauen, um ein effizientes Schiff zu bauen. Von daher habe ich jetzt einfach mal gesagt, komm, jetzt guckst du mal, was passiert, wenn du hier den Regler nach unten gehst. Und natürlich auch schon der Bau, ich kann jetzt hier nicht dran rumschieben, ich habe leider auch nicht mehr unsere alte Version, die habe ich gelöscht, das hätte ich nicht machen sollen, weil dann hätten wir jetzt so einen AB-Vergleich gehabt. Ihr müsst leider in die vorletzte Folge mal reinschauen und da könnt ihr euch das so angucken, wie ich es gebaut habe. Ich verlinke euch es mal hier in der Infocard, das Video, der Bau der ersten Bismarck sozusagen. Und ich habe das jetzt runtergezogen und war dann ganz überrascht, ja, wie gut ich das Schiff ausstatten konnte. Wir gehen jetzt mal durch. Ich habe jetzt Range allerdings auf Long gemacht, ja, das hat natürlich auch nochmal ein bisschen Ressourcenfall gemacht, wir hatten bei dem anderen Very Long. Ich weiß gar nicht, hier steht jetzt noch keine Reichweite drin. Kann ich mal gucken, was die Bismarck an Reichweite hatte? Sehe ich das jetzt irgendwo? Höchstgeschwindigkeit, Maschinenleistung. Ich komme mir hier gerade vor wie beim Quartettspielen. Ne, steht jetzt hier gerade nicht drin. Okay, ist nicht so schlimm. Jetzt muss ich mein Spiel wieder aufmachen. So, war ich gerade auf dem Desktop. Okay, ähm, so. Also, dann ist erstmal, ich habe, also ich bin jetzt wie folgt vorgegangen, ich erzähle es euch kurz. Ich habe hier den Regler auf 57.000 Tonnen, dann habe ich als nächstes, also hier natürlich die ganzen Regler eingestellt. Ich habe auch hier die Originalgeschwindigkeit der Bismarck eingestellt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie verhält sich das und wie nah kommen wir denn jetzt auch optisch, wie auch von der Bewaffnung und so weiter an das Original ran. So, dann habe ich den Hauptturm, ja, gebaut. Ja, ist ja schon mal wieder, ne, da kommen schon wieder 6.000 Tonnen. Wir können ja mal eben, ähm, um euch das zu verdeutlichen, ein neues Modell machen. Gehen wir hier auf 57.000. Wir können auch mal hier gucken, wieder, achtet mal aufs Geld, ja. Also, das geht auch, wo es geht eigentlich, ne. Und das Verhältnis wird auch nicht unbedingt, äh, viel besser dann, was wir hier reinbauen können am Equipment. Also, ihr braucht dann, um, 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 um mehr Tonnage an, an, ich nenne es mal Nutzlast zu tragen, braucht ihr dann auch, äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich exponentiell ist, aber zumindest, äh, ist das Verhältnis nicht linear, steigt nicht linear an. So, machen wir mal, wir hatten, weiß ich nicht, 30 Knoten, glaube ich, das letzte Mal hatten wir hier Long Rage. Und, ähm, hier hatten wir, glaube ich, Many. So, und dann, äh, ähm, na gut, wir machen das mal so, wie ich es besser so da eingestellt habe, dass wir hier mal so ein Fallbeispiel, so. Was haben wir da? Ups. Äh, Standard nur. Ah ja, wait, das ist natürlich ein bisschen, ich glaube, ich komme jetzt nicht noch einen hoch, ne. Ich bin, ne, ich, oder? Probier, ne. Aber es ist nicht viel, was hier fehlt. Improves Overall Flame. Aber das machen wir eben noch. Dann machen wir hier die Panzerung ein bisschen runter. Da haben wir immer noch mehr als, als die Original-Panzerung. Oh, jetzt gehe ich hier hoch gerade. Nicht runter, lol. Ähm, was können wir dann? Das Deck auch. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, wie ich die Panzerung eingestellt habe. Das Deck hatte, ich mache mal eben hier die Panzerung auf, um euch da auch schon mal, ähm, dann nehme ich euch da jetzt mit rein, einfach so. Also, ähm, äh, Gürtel-Panzerung hat die Original-32 cm, 170 bis 320 mm, um genau zu sein. Das ist natürlich hier in der Mitte. Ihr seht es hier auch schon an dieser, an dieser, warte, ich gehe mal näher ran, an dieser Auswortung hier. Ja, so, seht ihr das? Das ist der Torpedo-Panzer-Gürtel, ja. Der ist dazu da, um, äh, Torpedo-Treffer abzuwehren, aber auch niedrig einfliegende Artillerie-Geschosse. Wir können hier mal ein bisschen runtergehen. Der Belt Extended, das ist, ähm, hier der, der, äh, Gürtel hier in dem Bereich, sag ich mal. Und ich befürchte auch in diesem Bereich. So, gehen wir da auch mal ein bisschen runter. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Komm, 200.000. Himmel, Herrgott. Wir nehmen die Sekundärartillerie ein bisschen runter. Die habe ich auch extrem hoch. Wenn die ausfallen, ist es nicht so tragisch, ne? Das ist nicht, nicht toll, aber es ist nicht so tragisch. Das will ich ungern runter machen. Auch die Dex-Panzerung, ich plane ein bisschen jetzt hier. Wir machen die Sekundärartillerie runter. Ist original, so. Zack, jetzt haben wir es. Okay. Ähm, ich lese euch gerade mal die originalen Panzerungsdaten vor, weil wir jetzt gerade hier sind. Also, äh, Gürtel ist original, 170 bis 320 Millimeter. Hier kann man jetzt halt nur einen fixen Wert einstellen. Dafür ist dann wahrscheinlich der Belt Extended da. Also, da liegen wir unterhalb dem, was die Bismarck damals hatte. So. Sollen wir das, sollen wir das mal auf Original hoch machen? Wie viel wäre das denn dann? So. Zack. Das ist gar nicht so schlecht. Machen wir mal. Da haben wir jetzt die, ne, da haben wir sogar ein bisschen mehr als das Original. Dann das Panzerdeck war, äh, 80 bis 120 Millimeter. Dann machen wir das mal. Und dann machen wir das mal auf 80 hoch. Sind wir ein bisschen drüber. Aber das ist nicht so verkehrt. Weil ich ein bisschen plane, auf weite Entfernung zu kämpfen. Solange es geht, jedenfalls. Dann die Turmpanzerung sind 360 Millimeter. Also, das ist hier korrekt. Die Türme sind mit 100 Millimeter. Ne, sorry, entschuldigt bitte. Ne, ich hab... Border... Ne. Die Türme... Ach, ich hab mich verguckt. Also, die Türme sind natürlich... Bezieht sich hier auf schwere Artillerie. Wie gesagt, guckt einfach mal in Wikipedia rein. Ähm, äh, ist original. 360 Millimeter ist es hier angegeben. Also, mit 36 Zentimeter. Äh, hier ist allerdings nochmal eine Top-Panzerung drin. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Also, bei Wikipedia steht, Barbetten sind mit, ähm, 220 bis 340 Millimeter. Warte mal. Ne, ist hier gar nicht angegeben. Okay. Aber da gehen wir gleich nochmal durch. Ja, und die Sekundärartillerie haben wir auf 100 Millimeter wie im Original. Also, hier sind wir auch sehr nah am Original dran. Das ist schon mal ganz schön. Okay, und jetzt mal wieder zurück zu unserem Fallbeispiel, wie wir das gebaut haben. Und ihr seht jetzt schon hier, ich hab hier gar nicht so viel Tonnage. Jetzt mach ich mal hier den Main Tower. So. Zack. Secondary Tower. Das modernste. Und hier auch der Funnel. Das ist auch jetzt sehr schön. Das zeig ich euch auch mal. Wir bauen jetzt mal hier einen billigen Turm ein. So. Und jetzt seht mal. Ich find's nach wie vor ein bisschen komisch. Woll mal noch. Mach mal zu jetzt. Mach mal irgendwas anderes. So. Also, ihr seht, hier ist so ein Gap, ja? Also, so eine Kante. Ich mach jetzt mal hier den weg wieder. Zack. Baut jetzt mal den an. Zack. Ne? Und dann passt das hier. Super. So, jetzt haben wir die Zitadelle. Jetzt haben wir den, ähm, Turm. Jetzt, jetzt haben wir, mach ich die Geschütze eben noch mit drauf. Die wiegen natürlich auch sauviel, ne? So. So, und jetzt schaut euch mal an. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr viel Tonnage. Jetzt haben wir noch keine, äh, Mittelartillerie. Die setzen wir jetzt auch nochmal rein. Ähm. So, dreimal. So, und da wird's nämlich schon eng, ja? So, dann haben wir 10 Zentimeter. In Doppellaffetten. Und dann haben wir hier nochmal. Ah, was? 2 Zentimeter Flack haben die eigentlich, aber die gibt's ja hier nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber mal gucken. Vielleicht bringen die Entwickler da ja noch was. So. So, jetzt haben wir Bismarck mit Bewaffnung und, äh, Geschützen, Zitadelle und Schornstein. Also die schwersten Teile haben wir jetzt hier verbaut. Ihr seht, wir haben jetzt aber hier nur noch, ähm, ja, nicht mal mehr 5000 Tonnen. Also 4700 Tonnen. Und hier, ähm, äh, haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt gehen wir nochmal auf das, das andere Modell. So, und jetzt schaut mal, was wir hier verbaut haben, ja? Ein Feuerleitkram. Da haben wir, äh, das Beste verbaut, was geht. Da haben wir Radar verbaut. Das Beste, was geht. Wir haben hier nicht das Beste, aber immerhin Electrical verbaut. Wir haben, äh, oh, wir haben nur Standard-Shells. Kriege ich denn? Ähm, das geht noch. Naja, interessant. Naja, super Heavy-Shells. Muzzle-Armor-Detonation geht halt hoch, ne? Natürlich, ja, das ist natürlich krass. Dann dealt man damit. Also es ist echt geil gemacht, äh, dass, man hat nicht eine Ressource, ja, Geld, und damit machst du alles. Sondern du kannst jetzt hier dann auch mit, mit anderen Mali, äh, dir, dir eine höhere, höhere Penetration halt irgendwie schaffen. Ich würde mal sagen, wir nehmen Heavy. So. Aber ich habe auch verbaut, ja? Ich habe hier Barbetten verbaut, äh, Gute. Wir haben hier Anti-Torpedo. So. Wir haben hier Double. Wir haben, äh, hier das Beste, was geht. Wir haben Anti-Flat, haben wir das Beste, was geht. Und die Zitadelle, haben wir das Beste, was geht. So. Und jetzt, ähm, gehen wir nochmal auf die andere. Das machen wir jetzt hier auch mal. So. Barbetten haben wir gesagt, haben wir das. Haben wir das. Haben wir das. Haben wir, haben wir das Beste, was geht. Haben wir das. Haben wir das. Dann haben wir, haben wir das. Äh, so. Zack. Haben wir das Beste, was geht. Seht ihr das? Und wir haben noch nicht mal die Panzerung, die, ähm, die hier, äh, bei uns, bei unserem Modell drin ist. Ja. Das heißt, wir haben hier Kampfwerte von einem 70.000, 80.000 Tonnen Schiff, ne. Und zwar, haben wir das gelöst mit, ähm, dem guten Kruppstahl. Seht ihr? Und jetzt nur mal, jetzt hab ich nur einen Knopf. Und das, seht ihr, und das, da gehen die Kosten natürlich enorm jetzt nach oben, ne. Zack. Kostet uns halt 10.000 mehr, ja. Und wir haben hier noch Luft, ja. Also so, wie wir das jetzt verbaut haben, sind wir weit über unsere Tonnage, aber wir haben noch jede Menge Geld hier zur Verfügung. Da können wir einfach den besten deutschen Stahl verbauen, ja. Wir können hier, äh, eine bessere, guck, seht ihr, Engine kostet plus 500 Prozent, ja. Geht aber das Gewicht runter, ba-bam halt, ja. Also unheimlich geil halt, ja, was die Entwickler da geschaffen haben. Also man kann hier wirklich, ähm, seine Flotte dann mit den, mit den Ressourcen, die man hat, kann man hier, ähm, ja, so tüfteln und bauen, dass man halt mit den Ressourcen, vielleicht hat man weniger Geld als andere Länder, ja. Oder man hat viel Geld, man hat aber, äh, wenig, ich weiß nicht, was es dann vielleicht noch gibt, Besatzungen oder, ich weiß es nicht, ja. Also, das wird hochspannend, äh, wie hier die Entwickler, ähm, das dann in eine Kampagne einbetten. Also ich bin der festen Überzeugung, das, das Spiel hat ein Potenzial, was, was, was kaum zu übertreffen ist, wenn die Entwickler hier eine gute Kampagne implementieren. Ähm, ich bin, ich hab Ultimate General, den, ähm, den zweiten Teil, ja, wo man ja auch ein bisschen so eine Kampagne hat. Nicht gespielt, eben, weil die Kampagne auf mich so ein bisschen komisch wirkt. Also es ist kein, ich nenne es jetzt mal global strategiemäßiges Spiel, sondern man ist da in so ziemlich engen Bahnen. Also ich hab mir von Freunden sagen lassen, dass es da trotzdem cool gemacht ist, ja, dass man irgendwie Waffen sammelt und so weiter. Da könnt ihr gerne mal, ähm, äh, Montfort zum Beispiel hat das gespielt, von dem hab ich die Info. Äh, kannst da gerne mal was, was posten oder so. Wie das, äh, oder auch andere Leute jetzt hier aus der Community, wie die Erfahrungen da mit Ultimate General Gettysburg und Civil War sind ja die beiden Teile. Ähm, ich hab auch nur kurz in Ultimate Admiral Age of Sales reingeschaut. Und ich hab da auch ein bisschen die Vermutung, dass die Kampagne recht in engen Bahnen läuft. Ich weiß es nicht. Ich werde mir das aber, ich bin ja am 14. Februar schon wieder weg für fast zwei Wochen. Ähm, von daher ist es mit Content ein bisschen, äh, eng. Ich hoffe mal, das wird ab März besser. Das kann sich aber noch ein bisschen weiter ins Frühjahr hineinschieben, dass ich immer mal wieder pendeln muss. Und dann auch immer mal für eine Woche oder zwei, ähm, nicht in Berlin bin und hier keinen YouTube machen kann. Aber ich werde versuchen, hier in Ultimate Admiral Age of Sales natürlich auch mal reinzuschauen, äh, wenn ich dann wiederkomme. Wir werden jetzt hier aber, bevor ich weg oder während ich weg bin, äh, kann es sein, dass ihr hier nochmal... Natürlich werden wir hier das, das Gefecht, nämlich, äh, das werde ich jetzt gleich aufnehmen. Und ich weiß dann aber noch nicht, wann ich die Folge live schalte. Ähm... Ich erwarte einfach, ja, und wenn das nicht passiert, erwarte ich bitte einen Shitstorm von allen Liebhabern solcher Spiele. Ich erwarte hier ein Rule-the-Waves-mäßiges Kampagnen-Spiel. Wenn das kommt, zusammen mit diesem Baukasten, ist das, äh, mein feuchter Traum. Und da werde ich, glaube ich, irgendwie auch nie wieder was anderes spielen. Nein, nicht wirklich, aber so, ja. Ja, also allein jetzt nur, äh, diese Vielfalt, die, die dieses Spiel hier bietet, ja, also das, das hat mich umgehauen jetzt, ja. Wie, äh, wie nah ich jetzt an der Bismarck dran bin. Und obwohl ich, weil bei Plump denkt man erstmal, ja, fette Tonnage, hast ein fettes Schiff, feuerfrei. Nee. Also wir haben jetzt hier ein schlagkräftiges Schiff, äh, mit unseren, äh, hart verdienten Reichsmark irgendwie gebaut, was nah an der Bismarck ist, was zwar eine kleine Tonnage hat und vielleicht den englischen Pötten, ähm, äh, älterer Bauart vor allen Dingen, ja. Zum Beispiel der, der Hood, also ich glaube, die Hood hat, ähm, eine größere Tonnage, ähm, ähm, falls ich mich da jetzt irre, könnt ihr das gerne posten. Äh, die Hood hatte eine größere Tonnage als die Bismarck. Aber die Bismarck war eben das viel modernere Schiff und genau das haben wir jetzt erreicht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich hier unsere Bismarck 2.0, ähm, dann gleich im Gefecht schlägt. Und sie sieht wirklich aus wie die Bismarck. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist die Reichskriegsflagge hier in Rot und eben die wunderschöne Tarnbemalung der Bismarck. Und ich hoffe auch da, dass dann natürlich, äh, Tarnungen halt irgendwie kommen. Könnte ich mir auch gut als Forschungsfeld, ja, vorstellen, so als kleinen Forschungszweig, äh, Tarnung. Die Deutschen haben ja ganz, ganz viel mit Tarnung, nicht nur bei der Marine, auch bei der Luftwaffe und auch, ähm, in, äh, Sachen, äh, Tarnanzüge für Infanterie, ja. Also die SS hatte ja dann schon, äh, modernen Fleck tarn, den die Bundeswehr dann ja erst in den 90ern wieder eingesetzt hat. Also, das wird alles hochspannend und vor allen Dingen wird jetzt natürlich das Gefecht hochspannend. Ich hoffe, wir bekommen einen guten Kreuzer an die Seite gestellt, der uns hier unterstützt. Und ich bin sicher, wir werden hier, äh, den Kampf in der Dänemarkstraße in der nächsten Folge zum Erfolg führen. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Spiel, zu unserem neuen Modell. Aber ich glaube, ähm, jeder, der da Kritik übt an diesem Modell, äh, begeht einen Frevel an, äh, am deutschen Ingenieurswesen. Nein, Quatsch. Natürlich schreibt mir eure Gedanken. Vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Punkt, den ihr irgendwie anders machen würdet. Achso, dann vielleicht gehe ich das dann nochmal ganz in Ruhe durch, dass ihr, ähm, das dann hier, ähm, ja, sehen könnt. Also, aber wir haben eigentlich hier alles, alles fast das Beste drin. Also hier habe ich mich, ähm, ja, weil das halt Funnel Capacity jetzt nochmal erhöht. Wie gesagt, ich muss nochmal hier in dem, kommen wir da eben rein, warte mal. Hier, wenn ich hier auf Help gehe, du, 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 Shipdesign Basics. Das ist nämlich auch sehr gut gemacht, ja. Guns, Torpedos, nee, es muss ja, Design, Wildcats, Towers, Funnels, hier. Also, man erhöht da einfach die, ähm, so, äh, ähm, Effektivität der Maschine mit, äh, mehr Türmen. So, the Funnel Capacity is a statistic dependent from the Funnels and expresses the maximum engine horsepower that the boiler system can support. If the engine is not adequately supported, then the steam efficiency is reduced and penalties apply to the ship speed in the exterior. Funnels emit smoke, ähm, okay, das ist was anderes, jetzt gucken wir mal. Ähm, ist das dann hier? Ach, krass, schaut mal, wie viel, wie viel Stats wir hier haben, ja. Wir haben jetzt hier übrigens auch die originale Anzahl der, der leichten Flak, die, äh, original waren das allerdings, ähm, zwei Zentimeter, das waren 18, 18, zwei Zentimeter Flak. Ich weiß aber nicht, in welchen Lafetten die organisiert waren, aber wahrscheinlich dann auch in Drillingslafetten, weil dann passt das. Also, wir haben jetzt hier wirklich die originale, äh, äh, Bewaffnung der Tier, das heißt nicht ganz, also, die, äh, jetzt hätte ich bei der Tipp jetzt gesagt, die, äh, Bismarck hatte, äh, ähm, also ich lese mal eben vor, was die an Flak-Bewaffnung hatte, die hatte 16, 10 Zentimeter Flak, haben wir. Und die hatte 16, 3, 3, 7, äh, Zentimeter Flak, die haben wir nicht. Dafür haben wir dann 18, 2 Zentimeter, oder, ja, wie man's will. Also, die hat 18, 2 Zentimeter und 16, 3 Zentimeter. Also, das ist quasi, wir haben anstattdessen halt 18, 5 Zentimeter. Ein bisschen schade. Also, da, äh, also würde ich mich freuen, wenn da auch noch die 2 Zentimeter Flak reinkommt. Da, weil, äh, ja, wenn man Flugzeuge im Spiel hat, was hoffentlich noch kommen wird, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein DLC dann mal gibt oder so, ja. Mal schauen. Also, ich bin super gespannt und ich hoffe, dass dieses Spiel auch dann mit DLCs weiter gefüttert wird. Ähm, aber was wir eigentlich machen wollen, ist hier, äh, ich glaub, das, Weapons Engine, Force Power. Wo sieht man denn die Funnel Capacity? Oder ich baue jetzt mal irgendwie... So, warte mal, wir gucken, was hatten wir jetzt? Und die Engine... Steht da Horsepower? Nee. Doch. Äh, 26 Horsepower per Engine Tonnen, verstehe. Aber die Tonnage ist dann da gar nicht angegeben. Also, es ist ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen. Ich, äh, gucken wir jetzt trotzdem mal. Wir haben jetzt Horsepower... So, 136.000. Da können wir auch mal gucken, was die Original hatte. Wandert die Kamera wieder. Okay, hat sie mehr gehabt. Hat sie 150.170 PS gehabt, ne? Da haben wir weniger. Das ist natürlich nicht so schön. So, jetzt bauen wir den mal weg. Und nehmen mal einen kleinen. Zack. Nee, das ändert sich gar nicht. Ist ja komisch, oder? Also, vielleicht weiß das jemand von euch. Engine... 136.122. Ändert sich nicht. Also, woher weiß ich denn dann, ob ich den richtigen Schornstein drin habe, ne? Vielleicht, äh, kennt's, weiß das jemand von euch. So, jetzt sind wir aber am Ende angekommen. Eigentlich wollte ich, äh, direkt den Kampf aufnehmen. Aber ich glaube, es war irgendwie ganz geil. Hier nochmal ein bisschen, äh, die Möglichkeiten dieses, äh, Schiffsbaukastens, ähm, ja, zum Reisen. Und jetzt stellt euch vor, ihr, ihr baut eine ganze Flotte mit kleinen Kreuzern, große Kreuzer. Ja, ist die Frage, baue ich kleine Kreuzer, baue ich große Kreuzer? Brauche ich Flackkreuzer überhaupt? Ja, hat der Gegner Flugzeugträger? Was hoffentlich noch kommt? Oder, ähm, weil kleine Kreuzer machen kaum Sinn eigentlich, wenn es keine Flugzeugträger, ähm, gibt. Weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war in der Doktrin. Der Einsatz von kleinen Kreuzern hatte, äh, zumindest im Pazifik halt, ja, hauptsächlich die Aufgabe halt, natürlich auch gegen, äh, U-Boote ab, äh, äh, gegen, äh, Zerstörer abzuschirmen. Oder gegen Torpedoboote auch, äh, äh, an U-U-Jagd hat, haben sich kleine Kreuzer beteiligt. Aber vor allen Dingen war am die, ist ja geil, wie das Bild hier wackelt durch den, äh, durch den Rauch. Rauch übrigens auch sehr gut gemacht hier, ähm, in, von der, äh, von der, äh, Unity-Engine. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, also das wird hochspannend und wenn man dann wirklich eine ganze Flotte, äh, baut, braucht man ja ein, ein sinnvolles Konzept, also sprich eine, eine Flotten-Doktrin, die man sich selber zurechtlegt, weil, ähm, natürlich muss dann, äh, dieses Schiff, das Großkampfschiff, also es ist ja immer so, ähm, ich hatte da mit einem netten Community-Mitglied eine ganz interessante Diskussion über deutsche Flugzeugträger und so. Also, also man darf ja nie ein einzelnes Schiff irgendwie alleine denken, ja, so, so funktioniert das nicht. Also man kann nicht sagen, äh, man baut eine Bismarck und, und dann, äh, dann, dann habe ich das überlegene Schiff, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich keine Schiffe habe, die, ähm, die hier, ähm, ähm, was ist denn hier eigentlich los, ähm, äh, ja, die, die keine U-Boot-Abwehr bieten, dann ist, 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 ist so eine Bismarck alleine völlig wirkungslos, ja, oder, oder ich baue jetzt den, den Flugzeug, äh, Träger, ähm, ähm, äh, super groß, ja, mit, äh, x Geschwadern und hochmodernen Flugzeugen, ähm, ja, dann ist das Wetter scheiße, ja, es ist, es ist bewölkt, es ist Sturm oder es ist Nacht, da kann das Waffensystem ja gar nicht eingesetzt werden halt, ja, und dann kommt halt irgendwie so eine Gneisenau und, äh, so eine Scharnhorst daher und, äh, versenken eben so eine Glorious halt, ja, wie, wie es damals passiert ist. Also ich muss immer, ähm, das gesamte Flottenkonzept, also die Flotten-Doktrin um, 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 um ein, ein, eine Hauptwaffe drumrum bauen halt, ja, also so ist es auch, so ist es generell immer, also ich habe immer ein Waffensystem, ähm, und der Rest der, des, des militärischen Gefüges darum dient nur dazu, das zur Wirkung zu bringen. So waren zum Beispiel in, äh, das MG42, das, das Hauptwaffensystem in einem Infanteriezug oder in einer Kompanie der deutschen Wehrmacht, Infanterie, Kompanie, und der Rest der Kompanie dient eigentlich nur dazu, das MG42 zur Wirkung zu bringen, ja, weil, weil so ein Karabiner hat halt kaum Feuerkraft. Und, äh, so ein MG42 mit einer Schusskadenz von 1200 Schuss, äh, die Minute, ähm, ja, benötigt eigentlich 1200 Mann mit Karabiner, um so eine, um so eine, um so eine Feuerkraft zu entwickeln. Also, das ist das zentrale Waffensystem halt, ja, und so ist zum Beispiel in der amerikanischen Flotten, äh, Doktrin der, der Träger, ähm, das zentrale Element und die gesamte Flotte ist eben um den Flugzeugträger, auch heute noch um den Flugzeugträger rum, äh, gebaut. Vom U-Boot, äh, bis zum, äh, schweren, äh, Kreuzer Taikonteroga, der Taikonteroga-Klasse, ja, die dienen nur dazu, ähm, um die, äh, Träger der Nimitz-Klasse dann eben zu schützen und man, es wird ein unheimlicher Aufwand betrieben, um eben diese Flugzeugträger zu schützen, nicht nur, weil sie teuer sind, sondern weil sie eben der zentrale Kern sind, die, der Doktrin und so muss man sich das dann ja auch überlegen, ja, für seine Flotte. Also wenn ich eine Schlachtschiff-Doktrin habe, dann muss ich natürlich nicht nur ein gutes Schlachtschiff haben, sondern das, das, das verändert mein komplettes, äh, Design, was ich, was ich hier, ähm, äh, in diesem Schiffsbaukasten habe, ähm, komplett für, für jeden einzelnen Schiffstypen. Natürlich habe ich auch noch andere Aufgaben, meinetwegen, äh, Küstenschutz, ja, Patrouillenboote, Küsten-U-Boote, die jetzt nicht direkt dazu dienen, im, im Flottenverband dann, äh, in den Atlantik vorzustoßen und hier eben meine Großkampfschiffe, meine Überwassereinheiten zu schützen, das ist schon, das gibt's schon auch, ja, dann so eine Handelskriegs-Doktrin, aber vielleicht fällt ja auch eine Bismarck in so eine Handelsdoktrin rein, ja. Also was, was, was brauche ich eigentlich, wenn, wenn ich so ein, so ein Schlachtschiff gar nicht sehe als, als Gegner der, der Royal Navy, sondern als Überwasserhandelsstörer, ja, dann habe ich eine völlig andere Bauweise, ja, weil da muss, da muss sie schnell sein, da muss sie eine flache Silhouette haben, also sie muss schwer auszumachend sein, sie muss schnell sein, um dem Gegner auszuweichen. Sehr schöne Beispiele dafür sind eben, ähm, die Panzerschiffe der Deutschlandklasse, Admiral Scheer, Admiral Graf Spee und eben die Deutschland, aber auch die deutschen Kreuzer, ja, die, die extrem schnell sind, aber eben auch Schlachtschiffe Gneisenau, ähm, Scharnhorst, auch Tirpitz und, ähm, Bismarck tragen dieser Doktrin Rechnung, dass sie Überwasserhandelsstörer sind, vor allen Dingen, ähm, die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau, ähm, haben eher diese Aufgabe mit ihren 28 cm, sind die gegen so eine Rodney, Nelson, ähm, King George, wie sie alle heißen, völlig unterlegen, ähm, das sind eher, eher Handelsstörer, ja, also baue ich schnelle Schiffe oder baue ich schwer gepanzerte, ähm, ähm, Schiffe mit, mit einer hohen Feuerkraft, also das wird hochspannend hier, ähm, zu sehen, ähm, was liefern die Entwickler uns hier an Kampagnenmechaniken, das wird hochspannend und wie gesagt, ich glaube fest daran halt, ja, dass wenn wir hier ein, ein, ein Rule the Waves bekommen, dann haben wir hier ein Spiel, was, ähm, bestimmt die nächste Dekade unangefochten der König hier zur See, zur virtuellen See für uns Gamer sein wird. Bin ich felsenfest von überzeugt und ich werde auch den Entwicklern nochmal eine E-Mail schreiben, dass sie bitte, bitte, bitte lieber das Spiel nochmal um zwei Jahre verschieben, aber eben hier eine Kampagne liefern, die, ähm, ja, wie bei Rule the Waves ist. Und wenn das so ist, dann, äh, ja, dann ist Polen offen, sag ich mal, ne, dann ist, äh, Sky ist dann der Himmel, so. Okay, ihr Lieben, äh, ja, ich hab jetzt ein bisschen viel gesammelt, aber, ähm, es sind solche Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen und ich hoffe, den Entwicklern doch auch, denn dieser Baukasten, ähm, in Verbindung mit einer Riesenkampagne wird der absolute Hammer aus, macht jetzt schon mega viel Spaß, jetzt höre ich aber auf, verdammt nochmal, ich bin der Basti, ich bin hier raus und ich hoffe, du bist nächste Folge, wenn wir dann hier, ähm, dann in den Atlantik vorstoßen, wieder mit dabei. Ciao, ciao. , ciao.